Ja, hallo alle zusammen und ganz herzlich willkommen zu Total War Arena mit... Scheiß drauf, mit Zola, der hier gerade panisch versucht auch noch eine Aufnahme zu starten, der natürlich meiner unglaublich weit zurück steht. Und auch wunderschönen guten Abend an meine Fans. Wir sind hier mit Kleinke und Turba. Ich nehme dir einfach mal die Begrüßung aus dem Mund. Ne, Kleinke, sag mal Hallo zu YouTube. Hallo YouTube. Und Turba. Hallo zu YouTube. Ja, hallo YouTube. Und Tali, sag Hallo zu YouTube. Nö. Hey, wir spielen gegen die Agathas. Auf Salernum. Die kennen wir ja heute schon. E3, Neuchertorix. Oh ja. Karl der Käfer. Und wir haben eine CPU dabei. Super. Das geht aber in Ordnung. So schlecht sind die nicht verglichen mit manchen Spielern. Die sind wenigstens nie AFK. Das ist richtig. Die sind immer AFK. Du kannst sie halt steuern. Aber sie sind theoretisch alle AFK. Ich finde es krass, dass mit 200 Spielern in der Queue sie immer noch CPUs einstreuen müssen. Anscheinend wollen sie das leveltechnisch gut aufteilen, aber... Wir haben gerade in einem Durchschnittstier 5 Match gegen einen Typen gespielt, der Level 9 Kavallerie hatte. Ja. Wir erinnern uns auch an Hakko, der irgendwie gerne in Level 5 Matches reingematcht wird. Für alle, die es nicht wissen, Hakko ist ein Typ, der hat Stufe 9 und inzwischen bereits 10er. Ich weiß es nicht. Ich gehe auf die 12. Ich bin wieder auf die 12. Ich bin rausgeflogen. Warum das denn? Du bist rausgeflogen? Bist du und dann unsere CPU? Kann das sein? Ja, das ist sogar wahr. Ja, das ist Turba. Das ist Turba. Hallo an CPU-19? Ich weiß nicht, warum ist das Ding da alles geladen? Warum ist das rausgeflogen? Äh... Leute, die Frage ist jetzt, können wir jetzt nochmal spielen oder sind wir jetzt auch AFK? Äh, wir spielen jetzt, Punkt. Ja, nee, es kann uns passieren, dass die Schlacht einfach kurz runterläuft, im Schnelldurchlauf. Ihr kennt das. Ach, stimmt. Wir kennen das, aber... komm. Aber auf andere Seite, dann würde Turba uns angezeigt werden. Hallo Karl, der Käfer. Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß. Das fand ich jetzt unfair. Ich hab' nicht wahrgenommen. Och, Ragnor, was bist du denn für einer? Oder schreibst du nur grad aus, dass ich den... Good luck have fun, good luck have fun. No. Ich glaube aber, die schreiben halt einfach im Team... also im All-Chat, weil sie nicht wissen... You two die quickly, please. Äh, darauf könnte man ja ausschreiben. Ich hab'n krassen CPU-Lag, aber der geht weg. Meine ist sofort wieder weg. Meine Anzeige ist weg aus irgendeinem Grund. Aber meine Einheiten reagieren ganz normal. I don't want any good luck and have fun. Ja, was seid denn ihr für Azis von Magathar-Clans? Sorry aber... I want to die like a hero! Deine Mutter! Der Helden-Tot! Wer kämpft für den Helden-Tot? Wir kämpfen für EP und Punkte! Genau! Und Geld! Moment, wir kriegen Geld? Silber! Silber! Silber stimmt! Silber stimmt! Und Gold für First Win of a Day! Das darfst du nicht vergessen! Das darfst du nicht vergessen! Wer zieht Torba gerade nach ganz hinten? Achso... Möchte Base? Also ich nicht! Torba, was machst du denn da? Hör doch auf mit so nem Scheiß! Oh fuck, ich hab'n CPU-Lag und... Egal! Weiter angreifen! Geht nicht! Mir geht nicht! Wenigstens hat dafür der... Der... Der Archie-Spieler von den Orgetorix getötet und ich nicht! Ach Gott! Ich... ich mag mein Leben nicht! Ach Gott! Ich... ich mag mein Leben nicht! Ach Gott! Ach Gott, jetzt Artillerie! Ekelhaft! Ach Gott, jetzt Artillerie! Ekelhaft! Wunder und Great Glory! Für Greece! Move out! At speed! At the double! Follow me! Yes, Commander! Kill them all! Er brennt in der Kale-Käfer da oben hin... Er sieht doch, dass da Sperrträger kommen, oder? Kass, Mann! Oder fühlst du mich nervig, Alter? Bei your command! On me! At the double! Der Kotzkrempfer, Alter! Kill them all! So da! Ja! Versuch mal den Turm zu halten! Das wird schwierig! Ich... 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 Das Ding fühlt gerade Befehle aus... ...die ich vor 30 Sekunden gegeben habe! Das ist das Problem! Irgendwas stimmt da noch nicht! Für Greece! Das liegt irgendwie am Party-Modus mit dir! Ähm... Im Party-Modus ist es immer so... Ja, leider spielen das Prinzip wurde komplett in Ordnung, aber im Party-Modus geht der... Sohle, du bist halt einfach nicht sozial! Ja! Das Spiel weiß das! Möchte ich! Für Greece! Achtung von rechts! Erst muss kompagieren! Ja! Ich werde... Wir sind gerade eingekreist! Also ich! Ich bin direkt bei dir! Deswegen bin ich auch eingekreist! Aber... Huuu! 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 Ich fahr 12 gen 막ac amo! Huuu! Huuu! Toh! I wanna laugh! Waterford's entrance! Huuu! AVA! For Greece! Oh yaaa! Huuu! Next we'll open the evlauf! Knack! Ich bin zufrieden mit der Schacht. Ich hab ohne auch nur ein Angriffspiel zu geben, habe ich 1500 bekommen, also eigentlich sollte ich zufrieden sein. Fantastisch, jetzt darf ich frontal gegen... ...Matterin Legionaries kämpfen. Ich supporte dich. Ah, fuck. Ah, du darfst nicht frontal kämpfen. Er fällt zurück, damit die Kraft ihn unterstützt. Kleinke, stay with me. Oh, du bist von hinten gecharged. Ah, fuck, wir müssen den Turm kriegen. Zola, zieh dich zurück! Nein! Geht nicht. Du reitest einfach frontal auf die Einheit zu. Dafür kann ich überhaupt nichts. Nein! Ich weiß es glaube, wie du kennst. Ich geh und hol den Turm. Meine Einheit ist eh... ...ich eine legendäre CPU-Lag von 85 habe. Also gut, da ist der Turm. Ja, ich hol den Turm. Ich hab ne kleinere Einheit. Gut. Und du? Müssten 85 Sekunden sein. Ja, 1,2. Geht raus! Ach, Gott. Ach, Gott. Versuch mal mit deinem Peeler den Captain Jack zu ärgern. Bin ich gerade dabei. Ich hab keine Ahnung, was da los ist mit dem Pater. Ich hab keine Ahnung, was da los ist mit dem Pater. Ich hab keine Ahnung, was da los ist mit dem Pater. Ich hab keine Ahnung, was. Und verkauf~~~~ ja da sagt er richtig kill them all die müssen noch mal fallen entspannendes gerecht hast du noch truppen das ist das kacke ich krieg 3000 xp jahre weiß ich hab auch auch nicht schlecht aber gar nicht ganz so beeindruckend also ich finde es ein bisschen beeindruckender und ich habe die 3.000 Punkte geknackt obwohl meine Toreas Speere tot sind Kleinke deine Einheit hier chillt grad nur warum sind jetzt alle alle meine Truppen gestorben du bist ich will ich wenigstens entschuldigen wenn Kleinke sterben aber ich glaube wir haben insgesamt gewonnen ja sind ganz gut aus 400 Mann Vorsprung ja wir haben auch generell mehr Punkte obwohl Tor ja wobei das Ding ist halt der Vorsprung ist Torbar ja ich zieh ihn mal hoch aber nur um ihn Angst zu machen versuch mal die Artie zu kriegen Kleinke das bringt dir Punkte Artie 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 wo steht sie denn? hinter den Truppen von dem Ragnar ah du bist grad in die von ihm geplanteten Dinger reingelaufen ah shit ok ja das war nicht so viel sie fraßen eh nicht mehr gut das müssten wir trotzdem gewinnen das müssten wir gewinnen guck mal wie die gedroppt sind wir haben knapp dreimal so gewonnen wie die ja vor allem das sind auch zum Beispiel irgendwelche angeschlagenen Kavalerien und Fernkämpfer die einfach sterben also momentan Kleinke du hast hast du noch Truppen aber ich hab auf jeden Fall ich hab Hammer Ambil es geht es geht es geht darum auf welchen Hotkeys die liegen Kleinke klick mal bitte auf die Truppen von Torbar du hast auf R hast du die ähm Dings da auf R hast du die die Vetsch liegen auf T hast du den Hammer auf U ist Rocket Advance müsste zumindest oder auf U ist Anvil auf U passiert gar nicht das ist Infanterie das ist keine Kavalerie dann sind die Hotkeys anders verteilt hast du den Hammer den dürfst du auch nicht haben Anvil für Riesen ja du hast glaube ich du hast nur Anvil als Fähigkeit und Rapid Advance du musst da auch haben zum Orden ja aber ich muss wissen wo der ist der Hammer hat der Hammer hat auch Infanterie ne das war Brace ok U ist Rapid Advance tatsächlich ja und Infanterie hat auch Hammer ist richtig ist richtig danke ist auf T und wo ist der Rapid Advance auf U immer noch auf U passiert gar nichts ja dann ist der gerade auf Cooldown oder irgendwas in der Art nee ich versuch's ja schon die ganze Zeit auf U es wäre zumindest das Geräusch gekommen dass ich irgendwas klicke ist ja auch egal wir gewinnen das auch ohne Turbo ja wir haben Air Sprays ja auf Air Sprays gut zu wissen nein Miki du hast die CPU-19 nicht ist Turba und damit gehört sie zu VLR und deshalb ist es unsere genau unsere das ist der Akzent lol einfach darum einfach darum also die leute ich schicke die CPU da unten mit einem Sinn rum das ist Kavallerie die möchte ich aufhalten Wer bewegt die eine einheit von den 1, 2, 3, ich nicht, aber geht auch weiter. Wir wissen nicht, dass er bewegt. Get off this suit. Alter, wenn er das noch einmal macht, dann schreibe ich ihm, dass es da die Kaff ist. Und jetzt mache ich es einfach nur, um ihn zu ärgern. Du bist fies, weißt du? Ich habe mich durchgesetzt. Jetzt supportet mich vor allem einfach der Masterful in meinem Dingens. Ja, wir müssen nicht mehr cappen, wir gewinnen jetzt einfach. Ja. Aber egal. Ich mag es, wenn Leute andere Leute im Chat beschimpfen, das macht immer Spaß. Hey, sie haben noch 85 Mann. Nun, unser Team hat sich echt mit Ruhm bekleckert. Aber so leid, da ist noch die 2000 Punkte geknackt. Hm, ich weiß. Aber das ist echt nicht mit Ruhm bekleckert. Natürlich haben wir gut zusammengespielt. Irgendwie. Keiner. Naja, doch, wir haben zusammengespielt. Bein Kleink und ich. Ja, sehr gut. Weißt du, was ich mache? Was ist denn? Der Schlecht hat sich mit unserer Base gesehen. Hoffnung ist los. Die anderen haben überhaupt nichts dazu beigetragen. War nur Statisten. Ja, ich war ihm der mit den 5000 Punkten. Der hat überhaupt nichts auf der Kette gekriegt. Und Tobe, du bist bei mir aber noch in der Party. Dann müssen wir die wahrscheinlich wieder auflösen, ne? Oh. War ne gute Schlacht. Also, ne okayer Schlacht. Joa, joa, joa. Ich klicke dich mal auch, Klanke. Einfach nur, damit die Party komplett weg ist. Das schreibt ein Turba hier die ganze Zeit im Chat. Hey, noch 100 XP bis zum Macedonian Nobles. Das heißt, hier sehen wir wahrscheinlich nächste Schlacht. Oder die Schlacht darauf allerspätestens, falls ich komplett versage. Ich hoffe, er will einen Arena-Clan aufstellen. Ja klar, ich weiß ja nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und damit die anderen mich gerade nicht nerven. Ich entschuldige mich nochmal für das... Also, kann er ja gar nichts für. Aber trotzdem, ich entschuldige mich für das kleine Problem gerade mit dem Team. Sagt mir mal, wie euch das besser gefällt, wenn ich alleine spiele oder im Team. Ich spiele natürlich lieber im Team. Auch einfach, wenn man dann die Mitspiele hat. Aber, ja, wie gesagt. Wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt dran. Holt euch selbst die Arena. Zockt mit mir, uns. Und, ja, bis dahin. Alles Gute, euer Fighting Joe. Tschüss.